moin leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge trendfever ja wir sind letztes mal hier in banfried stehen geblieben unsere verbindung nach balingen zu bauen war glaube ich ja balingen genau und da haben wir ja letztes mal hier angefangen und da würde ich ganz gerne mal schauen was mir denn das spiel vorschlagen würde wenn ich jetzt einfach mal hier hin ziehen würde erstmal wird es 5 millionen kosten und wir wären im wasser okay ich muss hier auf jeden fall gerade rauskommen egal was mir das spiel sagt okay warum habe ich jetzt eine kollision okay verstehe ich jetzt nicht so ganz aber auf jeden fall brauchen wir hier sowas und da machen wir wieder die brücke würde ich sagen oder die ich glaube die sieht besser aus und dann dürfte das eigentlich keine probleme geben weil wir sind ja jetzt gerade das problem wird bloß sein mit dem zweiten gleis doch das müsste da eigentlich gut hin passen so oder weiter weg ist die frage weil da müssen wir auf jeden fall dann ein bisschen engeren kreis fahren ich würde es mal so lassen ich würde es mal so lassen so dass ich dich dran sind das muss man so ein bisschen tricksen ich hoffe mal jetzt wird es jetzt reicht es oh ja gott sei dank halt hier rüber wunderbar es ist einfach krass weil das geht von einem ewig langen tunnel auf eine ewig lange brücke das finde ich echt krass hier auf der map da wird noch einiges folgen von zeichen konstruktion ich würde mal so parallel gleich immer gleich mitnehmen jetzt einfach mal aus spaß was war das was war das ich leck mich hier eine brücke vor die zwei meter und da wird ein ewig langen tunnel könnten wir den kürzer machen können wir den irgendwie kürzer machen es wäre nett wenn das gehen würde weil ich muss halt auch eine bestimmte anzahl an fahrzeuge hier drauf kriegen das ist das ist alles mein nächstes problem die bezüge werden sich sicherlich selber ausbremsen ok der war dann da und wo müssen wir rein da das ist jetzt das linke gleis ja gut wir können wir können nichts anderes machen bis auf das anzunehmen was wir oder was uns hier das liebe spiel vorschlägt können wir eigentlich nicht viel machen oh nein oh die weiße lady da habe ich ja schon ewig nicht mehr fahren lassen auch auf meinen maps nicht die einfahrt mit 80 machen wir mal 80 das bau nicht möglich 80 80 wunderbar so jetzt müssen wir uns überlegen wie wir von hier hier hoch kommen schöne felswand muss man sagen aber wir ziehen jetzt erstmal noch ok mal dumm gefragt was brauche ich denn hier für gute verbracht wenn wir uns überlegen die kreuzung die kreuzung die kreuzung ist aber echt schade dann kommt man hier nach badlingen ein langer zweigleisig das wir mal kurz überlegen dreigleisig und der müsste genauso müsste der etwa eingebaut werden so und nicht anders also das weg alles weg sowas muss noch weg der muss auch noch weg ist hier mal alles weg 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 wunderbar dann wäre das so was ist das immer von und leute darauf zu bauen mann das würde dann so aussehen so wäre ja gar nicht mal so schlecht würde ich mal machen dann noch nebendran den güterbahnhof setzen den könnte ich generell kürzer halten hier aber das sieht ja auch scheiße das sieht auch nicht gut aus was ist wenn wir den da hinsetzen da haben wir keinen platz für oder da muss es dann wohl oder so ein den lieben unsichtbaren können wir da selber hinbauen was wir wollen auch ne idee warum hat der denn kollision was der hat dauerhaft kollision weil das so weit runter geht ok ok ich verstehe ich verstehe ok genau kletter weil ich brauche nämlich genau die höhe für den bahnhof keine andere sondern genau die so daten dat weg dann brauche ich wieder unseren bahnhof den hier wo habe ich das denn reingesetzt ich glaube hier so und den güter eingleisig klein die gleiche länge etwa so wunderbar dann sieht es auch mal gleich aus schön was packen wir denn da hinten dran eigentlich geht ja bloß das dat können wir auch mal gleich elektrifizieren halt dat da auch danke weil dann könnten wir hier unseren eigenen bahnhof hinsetzen das ist nicht barlingen zentrum sondern barlingen güter und das ist barlingen naubbahnhof sondern müssen die noch schnell anschließen so und da noch und dann könnte das eigentlich im grunde wieder weg dann können die da bauen und hier machen wir das gleiche wunderbar sieht dann hier ein bisschen komisch aus aber dann könnten wir das noch ein bisschen hier anpassen weil ich mal ich mag es ja nicht wenn das so aussieht mit diesen mit diesen mit diesen ecken da sieht echt nicht schön aus so und jetzt müssen wir hier geht es würde gehen aber müssen das hier dann weg das hier muss weg und das hier das hier darf nicht so also nicht so äh dinge sein ach sag schon ähm es darf nicht so eckig sein mein gott ich ach kann ich auch mir so ist das ist es kann Dann kommen nämlich hier, so, so, das Zweite gleich. Kommt dann auch noch, aber wie bekommen wir hierhin Güter, müssten wir, müssten wir glatt, müssten wir glatt hier das verwenden, weil wir können nicht von da hinten Güter nach da transportieren. Dann müssen wir von da hinten Holz holen. Von hier müssen das nach hier bringen, weil von da aus wird es dann einen Pendelverkehr geben zwischen den Zweien hier und dann bringen die uns die Güter wieder dahin, dann könnten wir nämlich mit dem Zug hier hin. Es ist bloß die Frage, wie kommen wir von diesem Gleis hier rüber? Was ist denn was? Schade, dass wir nicht ein Transportfever sind, dann könnte ich nämlich so eine Weiche hier machen, ey. Schade. Bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Lass mich mal überlegen. Wenn wir dann noch einen reingehen, dann wären wir hier und dann nach der Dings nochmal ein. Was könnten wir jetzt hier für eine Weiche, für eine Kurve machen? Das ist eine 60er. Okay. Wir könnten eigentlich hier das noch anschließen. Könnten. Das machen wir nachher, wenn wir hier unseren Bahnhof gesetzt haben. So. Halt. Moment. Und dass ich hier noch rausgehe, das wird nicht gehen höchstwahrscheinlich. Außer. Ich mache so eine, ich gehe noch ein Stück geradeaus. Oh, okay. Das geht runter. Außer ich gehe so mit einer 80er und sage dann hier auch 80. Weil dann würden wir hier auf jeden Fall rauskommen. Das war sehr langsam nur, aber. Hm. Ich glaube, das gucke ich mir nächstes Mal nochmal an. Die Folge ist auch schon wieder leider vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann melde ich mich im nächsten Mal aus Balingen zurück. Mit 66 Einwohnern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal Ciao